Musik Da draußen im Ozean gibt es einen mysteriösen Ort. Einen Ort, den nur wenige zu befahren wissen. An diesem Ort kann ein wagemutiger Seefahrer merkwürdige und gleichzeitig wundervolle Dinge beobachten. Dinge, die andere nur aus Märchen und Mythen kennen. Das Wasser ist klar und kalt. Es tummeln sich Wale aller Art. Treffen sich wieder nach monatelangen, einsamen Reisen durch die Weltmeere. Lassen sich an die Oberfläche treiben und holen tief Luft. Hier ist es, wo die Babywale zur Welt kommen und wo aus kleinen Walen große Wale werden. Und dieser Ort heißt Curve Finance. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner neuen Videoreihe über Curve Finance, eine dezentrale Börse für Kryptowale. Curve ist ein sehr etabliertes DeFi-Projekt. Es läuft schon seit über eineinhalb Jahren mehr oder weniger unfallfrei, hat auf eine Vielzahl von Blockchains expandiert und zählt mit Sicherheit zur absoluten Kerninfrastruktur, wenn es um Decentralized Finance geht. Und dennoch ist Curve vielen Kryptoinvestoren ein Buch mit sieben Siegeln. Dabei bietet es gerade für uns Kryptoplankton und Babywale ungeahnte Möglichkeiten. Das Thema ist passives Einkommen und wie man es mit Krypto erreichen kann. Ich möchte mit meinen Videos das Geheimnis lüften und euch fit machen für Curve Finance, denn Curve beteiligt euch sehr großzügig an den Geschäften der Kryptowale. Aber die Benutzeroberfläche ist kompliziert und die Konzepte dahinter sind gelinde gesagt exotisch. Nur wer versteht, wie Curve funktioniert und wie man es bedient, hat die Chance vom Plankton zum Wal aufzusteigen. In diesem Tutorial geht es um passives Einkommen und wie Krypto einem dabei helfen kann. Und es dreht sich alles um Curve Finance, weil Curve Finance wie kein anderes Projekt dafür prädestiniert ist, passives Einkommen zu erzeugen. Und wenn man über passives Einkommen spricht, dann muss man natürlich über Stablecoins sprechen, denn Stablecoins helfen einem dabei, sich abzusichern gegen die Volatilität des Kryptomarktes. Und deshalb bieten sich Stablecoins als Anlage, als Einlage für passives Einkommen an. Und in diesem Video geht es darum, wie wir Stablecoins mit satten 10 bis 30 Prozent anlegen können. Und ich spreche hier auch vom Euro, nicht nur vom US-Dollar. Und natürlich müssen wir diese ganzen merkwürdigen Begriffe mal klären, die bei Curve Finance eine große Rolle spielen. Wie zum Beispiel die Gages, die Logs, der 3-Pool, der Tri-Krypto-Pool, die VE-Curves, die Booster und so weiter. Außerdem sprechen wir über den unglaublichen Nutzen des Curve Tokens, denn der Curve Token, mit dem kann man im DeFi-Bereich eine ganze Menge anfangen, der ist richtig wertvoll. Natürlich werden wir uns auch die ziemlich eigenwillige Benutzeroberfläche von Curve genauer anschauen und am Ende in der Lage sein, diese zu meistern. Wenn wir über passives Einkommen sprechen und über 10 bis 30 Prozent Ertrag auf unsere Stablecoins, dann müssen wir in jedem Fall dafür sorgen, dass wir die Transaktionsgebühren, die uns durch Ethereum entstehen, erheblich minimieren. Denn ansonsten fressen diese Ethereum-Transaktionsgebühren unsere Einnahmen komplett auf. Und in diesem Tutorial werden wir eine Art Flywheel-Investment strukturieren. Das ist ein Investment, das aus einer sich selbst verstärkenden Feedback-Schleife besteht, die quasi unsere Einnahmen hoffentlich immer weiter in die Höhe treiben. Und ganz neu für meine Tutorials, wir sprechen auch über das Thema Steuer, wie man die ganzen Sachen steuerlich verwertet. Wenn man Curve besser kennenlernen möchte, dann lohnt sich erstmal ein kleiner Besuch bei PancakeSwap auf der Binance Smart Chain. PancakeSwap steht jetzt aber auch für andere Krypto-Exchanges, wie zum Beispiel SushiSwap oder Uniswap. Die basieren alle mehr oder weniger auf derselben technologischen Grundlage. Und ich habe hier jetzt mal einen Swap eingestellt, und zwar von USDT nach DAI. Es werden also zwei Stablecoins hier getradet, und zwar habe ich hier angefangen mit 100 US-Dollar. Ich tausche also jetzt 100 US-Dollar in 100 DAI, und dann sehe ich, dass ich also ein kleines bisschen Verlust hier mache, weil es kommen 99,8045 DAI raus. Und das Ganze wird mir unten auch erklärt in dieser Liste hier, denn ich bekomme Minimum 99,3 DAI raus, eventuell aber auch ein bisschen mehr. Das ist also quasi die garantierte Summe, die ich hier durch diesen Trade rausbekomme. Ich tausche 100 USDT gegen 99,3 DAI, und hier wird ein Price Impact von 0,07% angezeigt. Und der Price Impact, das ist quasi das, was ich mit den Kursen auf diesem Exchange mache, allein dadurch, dass ich hier 100 US-Dollar trade. Und dieser Unterschied, den ich hier erzeuge, der geht zu meinen Lasten. Das heißt, wenn ich hier diese 100 Dollar trade, dann mache ich schon mal 0,07% Verlust, allein dadurch, dass ich die Preise auf diesem Exchange hier verschiebe. Und normalerweise kommen die Preise dann zurück auf dasselbe Niveau wieder, weil andere Leute diese minimalen Preisunterschiede sehen und ausnutzen und dann dagegen traden, sodass der Preis wieder zurückspringt. Aber ich persönlich, wenn ich jetzt hier diesen Trade mache, dann verliere ich 0,07% und zusätzlich gilt hier eine Provider-Fee von 0,25 USDT. Das entspricht also 0,25% und das ist also ein prozentualer Anteil, eine prozentuale Gebühr, die anfällt, wenn ich hier trade. Und diese Gebühr geht an die Leute, die hier die Liquidität zur Verfügung stellen. 0,25%. Wenn ich jetzt anfange mal zu schauen, also wenn ich jetzt mal schaue und wenn ich jetzt mal schaue, was passiert, wenn ich größere Beträge trade, nehmen wir einfach mal 1000 Dollar, dann ändert sich der Price Impact schon auf 0,22%, also von 0,07 auf 0,22 hat sich also fast verdreifacht. Die Zahl scheint erstmal so relativ gering zu sein, es ist ja immer noch unter 1%, aber ich mache also schon mal 0,22% Verlust und gleichzeitig fällt jetzt schon eine Trading-Fee von ungefähr 5 Dollar an. Ich bekomme jetzt hier tatsächlich mehr DAI raus als USDT und das liegt ein bisschen daran, dass die Kurse von Tether und DAI gegeneinander nicht immer 1 zu 1 sind, sondern dass sie auch schwanken und jetzt im Moment ist also der DAI tatsächlich mal ein bisschen höher als der USDT. Das ändert sich aber nach einer gewissen Zeit wieder zurück. So und wenn ich jetzt also weitermache, dann nehmen wir mal 10.000 und dann sehe ich schon, wie nach und nach sich der Price Impact ändert. Bei 100.000 sind wir schon bei 1% Price Impact, das heißt ich verliere also 1% alleine dadurch, dass ich hier jetzt derjenige bin, der also 100.000 US-Dollar tradet. Gleichzeitig ist die Liquidity Provider Fee, also die Gebühr auf 500 Dollar angestiegen. Wenn ich also 100.000 trade, dann verliere ich hier in dem Beispiel schon deutlich über 2.000 Dollar durch diesen Trade. Und wenn ich jetzt auf eine Million gehe, also jetzt ein Wahl bin und ich möchte mal Tether in DAI umtauschen und zwar eine Million, dann sehe ich, wie drastisch das Ganze eigentlich sich auswirkt, denn hier ist der Price Impact schon gestiegen auf fast 10%. Ich verliere also 100.000 Dollar, wenn ich 1.000 Dollar von einem US-Dollar-Coin in einen anderen umtausche. Ein Kryptowahl kann sich also überlegen, ob er wirklich seine 1.000.000 Tether tauschen möchte gegen 984.000 BUSD, obwohl das Ganze ja eigentlich nur ein Swap ist von US-Dollar zu US-Dollar, also eigentlich 1 zu 1 gerechnet werden sollte. Und allein dadurch, dass er einen so hohen Betrag hier bei diesen Exchanges tradet, verschiebt er die Preise zu seinen Ungunsten extrem. In diesem Beispiel hier ist es 1,6%. Der Price Impact, der heißt auch Slippage. Das ist also im Grunde die Auswirkung, die man durch seinen Trade auf den Preis auf dem Exchange hat und der geht zu den eigenen Lasten. In diesem Fall ist es 1,6%. Aber wir haben ja gerade gesehen, dass es auch teilweise 10% sein kann. Und es kommt vor, dass je nachdem, wie wenig oder wie viel Liquidität auf dem Exchange ist, dass eben auch 20% oder 30% vorkommen. Und das ist natürlich nicht so besonders schön. Eigentlich möchte man ja jetzt im Sinne der Trading-Fees, die man einnimmt, Leute ermutigen, hier mit hohen Beträgen zu traden. Aber dieser Umstand hier, der führt natürlich dazu, dass man einen ganz, ganz großen Bogen um diese Exchanges machen sollte, wenn man große Beträge traden möchte. Und deshalb kann man eben große Beträge und natürlich auch kleine Beträge, also bei Curve gibt es jetzt nicht irgendwie eine Einschränkung oder eine Mindestgröße oder sowas. Man kann also im Grunde jeden Betrag traden, aber bei hohen Beträgen, wie jetzt zum Beispiel eine Million Tether, bietet es sich tatsächlich an, das Ganze über Curve abzuwickeln. Denn Curve hat eine sehr viel geringere Slippage, Slippage, also einen sehr viel geringeren Price Impact, der in der Regel unter 1% liegt. Und sogar die Trading-Fees sind deutlich günstiger als bei den anderen Exchanges, denn die liegen zurzeit bei 0,04%. Und das liegt natürlich daran, dass hier sehr viel höhere Umsätze pro Trade stattfinden, denn dieser Exchange hier, diese Börse, zieht natürlich große Trades quasi an. Und tatsächlich, wenn ich jetzt bei Curve diesen Trade von eben bei PancakeSwap mal abbilde, also wenn ich jetzt mal eine Million USDT swappen möchte gegen DAI, dann sehe ich, dass sich also hier einen Preisunterschied von 156,88 Dollar ergeben, was natürlich ganz anders ist als die 100.000 Dollar, die ich Verlust gemacht hätte bei PancakeSwap. Also 156 Dollar Preisunterschied. Man sieht hier auch, also der Umrechnungsfaktor, der ist 1,0002. Es gibt also eine kleine Änderung in der vierten Nachkommastelle. Ganz anders als bei PancakeSwap. Und da sind die Gebühren sogar schon drin enthalten. Die Trades sind deshalb so effizient, weil Curve mit Pools arbeitet und ein Pool unterstützt immer nur eine vorgegebene Menge an Assets. Hier in diesem Fall waren wir in dem 3-Pool, in dem 3-Pool, der auch 3-Curve genannt wird. Und in diesem Pool sind drei verschiedene Stablecoins, nämlich nur USDT, USDC und DAI. Andere Stablecoins und andere Assets werden nicht unterstützt. Und diese Stablecoins sind hier im Verhältnis 1 zu 3. Also jeder Stablecoin stellt ungefähr ein Drittel des gesamten Pools dar. Und die Trades, die hier unterstützt werden, sind eben nur USDT gegen USDC, USDT gegen DAI und DAI gegen USDC. Andere Trades gehen hier nicht. Die Zusammensetzung der Pools kann man sich auch anschauen hier bei Curve, Curve.fee, Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn man hier in diesen 3-Pool geht, der ist also hier in der Liste zu sehen, hier sind die ganzen Pools aufgelistet, dann sieht man hier, dass also in dem Pool ungefähr ein Drittel von jedem Asset drin sind. Und zur Zeit sind also sehr viel weniger USDT drin als die restlichen Assets. Ist einfach so manchmal, dass die Pools auch ein bisschen leerer werden, weil einfach viel rausgenommen wurde. Das tradet sich dann aber automatisch wieder zurück. Und man hat ja gesehen, obwohl es diese Schieflage hier in dem Pool gab, der Preis war halbwegs stabil. Aber bei Curve werden auch noch andere Stablecoins unterstützt, wie zum Beispiel der MIM. Der MIM kommt von Magic Internet Money, ist auch ein Stablecoin, der also 1 zu 1 an den US-Dollar gebunden ist. Und damit man also jetzt MIM gegen die anderen Stablecoins traden kann, wird einfach gegen den 3-Pool getradet. Das heißt also, es gibt einen neuen Pool. In dem Pool ist der 3-Pool enthalten und 50% von dem Pool werden gestellt von MIM-Tokens, die also auch Stablecoins sind. Und dadurch ergeben sich dann eben Tradingpaare, die den MIM irgendwie mit einbeziehen. Also MIM, USDT, USDC und DAI und zusätzlich natürlich alle Kombinationen des 3-Pools. Und hier in der Liste sieht man hier den MIM-Pool an zweiter Stelle. Und da sehe ich also auch, dass der 3-Pool, der 3-Curve hier quasi die Hälfte darstellt und die andere Hälfte wird gestellt von MIM-Tokens. Gehen wir da doch mal rein und schauen uns die Zusammensetzung an. Und dann sieht man, dass hier also ungefähr 53,56% MIM drin sind und der 3-Pool macht 46,44% aus. Man kann hier alle Kombinationen traden zwischen dem MIM und den 3 Stablecoins. Und so werden hier eben auch andere Stablecoins unterstützt, wie zum Beispiel der BUSD von Binance, aber auch ein LUSD oder was weiß ich, was es für Stablecoins alles gibt. Damit die unterstützt werden, werden die immer kombiniert mit dem 3-Pool im Verhältnis 50% zu 50%. Dadurch ergeben sich dann eben alle möglichen Trading-Paare zwischen Stablecoins. Bei Curve gibt es aber seit einigen Monaten auch die Möglichkeit, unterschiedliche Assets zu traden. Und dafür gibt es zum Beispiel den sogenannten Tri-Crypto-Pool. Der besteht aus Bitcoin, Ether und USDT, kann aber auch manchmal aus einer Kombination aus Stablecoins bestehen. Das heißt, man hat immer einen Anteil von Bitcoin, einen Anteil von Ether und dann ein Drittel, der aus einer Stablecoin-Kombination besteht. Und hier ergeben sich dann eben Trading-Möglichkeiten zwischen Bitcoin und einem Stablecoin, Bitcoin und Ether und Ether und dem Stablecoin. In der Pool-Liste hier bei Curve stehen ja auch APY. Und zwar stehen hier zwei Sorten von APY. Zum einen haben wir hier eine Base APY und eine Rewards APY. Okay, was ist hier der Unterschied und was bedeutet das alles? Damit bei Curve die Trades stattfinden können, braucht auch Curve eine gewisse Form von Liquidität und diese Liquidität wird gestellt von Investoren. Hier kann jeder also seine Liquidität zur Verfügung stellen. Was meine ich mit Liquidität? Also wenn ihr Stablecoins habt, dann könnt ihr die hier bei Curve einlegen und in Pools einlegen, in die Pools, die ich eben gezeigt habe, zum Beispiel in den 3-Pool oder in den Tri-Krypto-Pool. In den 3-Pool könnt ihr Stablecoins einlegen, in den Tri-Krypto-Pool könnt ihr zusätzlich auch Ether und Bitcoin einlegen und dann helft ihr also mit, dass Curve hier funktioniert. Und Curve verdient dann Trading-Fees. Heißt jedes Mal, wenn hier ein Trade stattfindet, dann fallen ja 0,04% Gebühr an auf die Summe, die hier getradet wird. Und diese Summe, die ist ziemlich erheblich, die macht ungefähr 350 Millionen Dollar am Tag aus. Curve nimmt also 0,04% von 350 Millionen US-Dollar jeden Tag ein. Von diesen Gebühren gehen 50% wieder zurück an diejenigen, die hier ihre Liquidität bereitstellen. Also wenn ich hier Bitcoin, Ether, USDT, DAI oder USDC einzahle und die zur Verfügung stelle, dann bekomme ich von diesen Trading-Fees die Hälfte ab, natürlich nur anteilig zu meiner Einlage, die ich gemacht habe. Die Base APY, also wie viel ich an den Trading-Fees verdiene, besser gesagt mitverdiene, entsprechend meiner Einlage, die findet sich hier in der ersten Spalte unter Base, VAPI, warum auch immer VAPI. Ich sage ja, diese Benutzeroberfläche ist ein bisschen auch dazu gemacht, die Leute zu verwirren, glaube ich. Und ja, also die Base APY, die findet sich hier in dieser ersten Spalte. Beim Tri-Crypto-Pool haben wir hier immerhin 2,24% und dann haben wir hier beim MIM-Pool 0,46%, 1,38% bei manchen und das geht eben schon mal hoch bis 3%. Diese APY ist jetzt eigentlich nicht so besonders attraktiv. Klar, diese APY, wenn man die vergleicht mit Zinsen auf der Bank, dann ist hier der Ertrag, der Yield schon wesentlich höher als auf der Bank. 2% ist ja immer noch besser als Negativzinsen auf US-Dollar-Einlagen. Aber wir reden ja hier auch von 2 volatilen Assets, Bitcoin und Ether und das Ganze ist also hier, wie ich finde, jetzt nicht so besonders ermutigend, hier eine Einlage zu machen. Und ich vermute mal ganz stark, dass der Markt das irgendwie auch ähnlich sieht und deshalb hat Curve eben den Curve-Token als Reward eingeführt. Der Curve-Token wird also herausgegeben und nach und nach verteilt auf die Liquiditätsprovider, auf diejenigen, die Liquidität in den Exchange einzahlen. Das Ganze wird gesteuert über sogenannte Gages und die Gages, die bestimmen, zu welchem Prozentsatz der Curve-Token aufgeteilt wird über auf die einzelnen Pools. Also hier in diesem Beispiel bekäme der 3-Pool 30% von den Curve-Tokens, die neu herauskommen. Der MIM-Pool bekäme dann 7% und der 3-Crypto-Pool bekäme 18%. Und dementsprechend gehen die Curve-Tokens dann an die Liquiditätsprovider, die bereit sind, hier ihre Liquidität zur Verfügung zu stellen. Und diese Rewards in Form von Curve-Tokens, die sieht man hier in der zweiten Spalte. Hier wird die APY in Curve-Tokens angezeigt, und zwar über zwei Zahlen. Die APY geht nämlich von 6,18% bis hoch zu 15,44% in Form von Curve-Tokens, wenn man in diesen 3-Crypto-Pool einzahlt. Und diese Curve-Tokens, die kann man also sich abholen als Rewards in regelmäßigen Abständen. Und die Höhe der Rewards, die hängt noch von einem anderen Mechanismus ab, über den wir dann später sprechen werden. Jedenfalls kann man erstmal davon ausgehen, dass die Rewards-APY, wenn man mit Curve anfängt, bei dem unteren Betrag hier liegt. Also am Anfang hat man eine Rewards-APY von 6,18% und das geht hoch bis 10,10%. Und das ist, glaube ich, auch schon die Oberkante hier. Höher geht es hier erstmal nicht. Die gesamte APY setzt sich dann also zusammen aus der Base-APY. Das sind eben die 50% von den Trading-Fees plus der Curve-APY, die verteilt wird über die Gages. Und dann gibt es noch die Bonus-APY. Die kommt immer dann ins Spiel, wenn ein Pool von jemandem gepusht wird, der zum Beispiel jetzt einen neuen Token rausbringt. Nehmen wir mal an, der MIM-Token, der soll jetzt hier auf Curve neu getradet werden. Da gibt es sehr häufig auch Bonus-Rewards in Form eines anderen Tokens. Bei manchen Pools ist das der Fall und bei anderen nicht. Hier in dieser Liste ist es tatsächlich bei MIM-Pool so, dass man Bonus-Rewards bekommt in Form von Spell-Tokens und die APY, die Bonus-APY, die beträgt dann hier 3,39% in Form von Spell-Tokens, die man noch zusätzlich bekommt, wenn man hier also einzahlt. Das Ganze ist aber leider nicht so besonders attraktiv hier, zumindest wenn man mit relativ überschaubaren Beträgen arbeitet, denn wir sind ja hier auf dem Ethereum Mainnet und das Ethereum Mainnet, das hat ja sehr hohe Gasgebühren. Eine Einlage hier kostet um die 200 bis 300 Dollar unter Umständen und wenn man seine Tokens wieder abholen will, nochmal und die Rewards, das Abholen von Rewards kostet auch so um die 150 Dollar, sodass man also im Grunde, wenn man hier eine Einlage macht, irgendwie nicht wirklich was davon hat, außer man geht mit sehr, sehr hohen Beträgen hier rein, die dann diese Kosten wieder wettmachen. Und deshalb hat Curve auch unter anderem jedenfalls, deshalb hat Curve auch Versionen gelauncht auf anderen Blockchains, die sehr viel günstiger sind und alle diese Blockchains, die hier unter Network oben zu sehen sind, also Arbitrum, Avalanche, Phantom, Harmony, Polygon und XDAI, alle diese Blockchains haben eine eigene Version von Curve und auch mit eigenen Pools, mit eigenen APY und da unter Umständen lohnt es sich, dann auch eine Einlage zu machen. Und schauen wir jetzt einfach mal bei Polygon vorbei, also das heißt, ich klicke hier auf Polygon, dann stelle ich mein Wallet um auf Polygon, klicke hier noch auf Connect to the Polygon Network und dann bin ich also auf der Polygon-Version von Curve, das sehe ich auch hier oben am Logo, hier oben steht Polygon und hier sind auch Pools, unter anderem auch ein Tri-Crypto-Pool, der heißt hier aber A-Tri-Crypto-3, es ist halt die dritte Version dieses Pools und das A steht für Aave, ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, worum es hier geht und wir haben hier auch einen Drei-Pool, der heißt Aave, das sind also Einlagen aus drei Stablecoins, die bei Aave sind und wir haben ja auch einen Pool, der aus Euros besteht, der bringt aber im Moment keine APY, man sieht hier also beim A-Tri-Crypto-3-Pool werden zurzeit 29,7% APY an Curve-Tokens gezahlt, das ist schon ziemlich ordentlich, vor allem wenn man die Base-APY von 5,54% nochmal oben drauf setzt. Ja und wie man hier sieht, keine zwei Zahlen, das heißt die APY, die man hier verdient, die startet direkt bei 29,7% und die geht auch nicht hoch, die bleibt bei 29,7%. Dieser Pool hier, der ist sehr, sehr attraktiv zurzeit und in diesem Pool werden wir in diesem Video hier zusammen eine Einlage machen. Three Inges